einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zu den gameswelt nachrichten ich bin der pimin schön dass ihr euch rausgequellt habt aus dem bett nach der langen nacht mit den game awards und euch die nachrichten anhört vergesst nicht heute abend kommt auch eine neue folge insertcoin raus oder ist schon draußen zieht ihr euch gerne rein am wochenende ansonsten jetzt zu den themen unter anderem epic game store schenkt euch im dezember noch 15 spiele dann die game awards das sind die gewinner noch mal zu den game awards da eine kleine sammlung mit den neuesten trailern und ankündigungen und mass effect stellen wir noch ein bisschen genauer heraus das meldet sich nämlich auch mit dieser trailer und einem fan liebling zurück wenn euch das video gefällt und in zukunft auch nichts mehr verpassen wollt dann abonniert doch gerne unseren kanal und drückt auf die glocke jetzt viel spaß mit den news es sind nicht ganz 24 türchen und für ein weihnachtsgeschenk ist es auch zu früh aber trotzdem werden wahrscheinlich die meisten gamer diese kleine möglichkeit von epic games wahrnehmen im epic game store bekommt ihr nämlich noch diesen dezember 15 spiele geschenkt einfach so die beschenkungsarie startet dann zeitgleich mit den xmas deals im store am 17 dezember dann bekommt ihr täglich bis zum ende des jahres ein spiel geschenkt allerdings solltet ihr dabei ein bisschen schnell sein jeden tag um 17 uhr kommt eins der gratis spiel in den store kann allerdings nur für 24 stunden kostenlos erworben werden diese bleiben euch dann aber wie gewohnt dauerhaft erhalten solange sie mit eurem account verknüpft sind wenn ihr also alle 15 spiele wo man noch nicht genau weiß welches sind umsonst abgreifen wollt solltet ihr ab dem 17 dezember täglich im store vorbeischauen die zweite schlaflose nacht in folge hat uns nach dem cyberpunk release nun die game awards 2020 beschert die oscars der videospielindustrie und da kam glatt zum jahresende ein hauch von normalität auf im großen und ganzen wie immer ein schönes jahres abschluss event welches aber dieses mal auch wegen dem ausfall der e3 bei den entwicklern einen höheren stellenwert genossen hat der große abräumer dieses jahr war dann the last of us part 2 das action-adventure griff nicht nur den von christopher nolan verliehenen game of the year award ab sondern war auch in den kategorien best game direction best audio design best performance und noch drei weiteren erfolgreich interessant hingegen war das ghost of tsushima lediglich den publikumspreis und noch eine weitere kategorie gewonnen hat so hatte man den playstation exklusiv titel im vorhinein noch mehr chancen errechnet als kleine überraschung kann auch das indie spiel hat es mit zwei auszeichnungen gewertet werden und among us als bester multiplayer titel neben den ganzen auszeichnungen haben die entwickler die awards dieses jahr auch für eine vielzahl an neu ankündigung und trailer benutzt unter anderem wird der ps5 exklusiv titel returnal nun am 19 märz 2021 erscheinen aber auch zu dragon age 4 gab es einen neuen trailer allzu viel verrät der allerdings nicht zumindest vermittelte aber immerhin einen besseren eindruck auf was wir uns dann im bis jetzt noch namenlosen serienableger freuen dürfen auch perfect dark hat seine rückkehr angekündigt der rare klassiker der noch auf dem n64 das laufen gelernt hat soll dann exklusiv für die xbox konsolen erscheinen und noch vom jungen studio the initiative neu interpretiert werden und die dead space mache haben noch das furchterregendste spiel aller zeiten angekündigt der neue entwickler striking distance studios maßgeblich bestehend aus ehemaligen visual games mitarbeitern arbeitet dann am titel namens the callisto protocol dabei handelt es sich um einen geistigen nachfolger von dead space spielt im jahre 2320 auf dem jupiter mond kalisto und soll erst 2022 für pc und konsolen erscheinen einen trailer von der game awards will ich aber noch besonders herausstellen dieser ist auch nicht umsonst direkt vor dem game of the year award zum höhepunkt der sendung gelaufen es geht natürlich um mass effect und am liebsten würde ich euch hier jetzt den ganzen eine minute 43 langen trailer zeigen denn der hat definitiv gänsehaut momente dieser legt nahe dass das neueste epos dann wohl wieder in der milchstraße angesiedelt wird und nach dem krieg mit den reapern spielt darauf deuten zumindest zerstörte massenportale hin und eine ganz besondere person in der endsequenz auf einem schneebedeckten planeten bekommen wir dann nämlich niemanden geringeren als lea roche sony zu sehen und wer spätestens da nicht eine trainer verdrücken muss der hat mass effect wohl nie wirklich geliebt oder bei mir schneidet grad ehemann zwiebeln mal schauen ob bioware jetzt mit der remaster version am ende der original trilogie was verändert so hat man es zumindest nicht leicht mit den offenen enden für alle spieler dieselbe story dann zu erzählen das war es wieder mit den games welt nachrichten für diese woche schaut euch den mass effect trailer an ich leg's euch einfach wirklich wärmstens ans herz was ich auch wärmstens ans herz lege ist die neueste folge insert coin heute brandfrisch rausgekommen und so langsam spätestens solltet ihr mit dem weihnachtsgeschenk einkauf anfangen und wenn ihr uns ein geschenk da lassen wollt lasst uns gerne ein abo da in diesem sinne würde ich mich freuen wenn wir uns nächste woche hören bis dahin ciao und 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 Bis zum nächsten Mal.